600 Babonenten, ich feier euch, ihr seid meine Bros, jeder einzelne Strolch. Ein klein bisschen Verständnis muss schon sein, denn für euch häng ich mich täglich in Videos rein. An alle Jungs und Mädels da draußen, hoffentlich hört ihr mir zu, ganz ohne Banausen. Bevor ich in eine Richtung gehe, kommerziell, bleib ich locker, ehrlich und konventionell. Und die Motivation für Videos wird niemals enden, denn 600 Babonenten sprengen meine Grenzen. Jeder da draußen, der sagt, dass ein YouTuber scheiße ist, ist ein dummer Hater, der noch in die Windel pisst. Das ist euer Track und euer Wunsch, ich geb mir jetzt erstmal fett 2 Liter Punsch. Also ihr Pisser, macht es gut, denn meine Babonenten behalten stets den Mut. 600 Babonenten sind schon was, genau wie beim Poker, ein Fünfer-Ass. Damit sag ich auf Wiedersehen, Ärsche wie Hater will ich nie wiedersehen. Haut rein, macht euch nen schönen Tag, aber nicht zu schön, sonst geht's ab ins Grab. Und sperrt YouTube von mir jedes Video, dann sehen wir uns auf Dailymotion und Vimeo. Ich habe heute noch einen Aufenthalt.